hallo meine lieben freunde und herzlich willkommen hier bei einem kleinen talkvideo zum anfang des jahres ich freue mich dass ihr da seid herzlich willkommen frohe weihnachten alle miteinander ja und ist vielleicht ein bisschen spät aber über die schulter geworfen frohe weihnachten und ja ein frohes neues jahr ich hoffe ihr hattet schöne feiertage und so und ein schönes silvester mit böller oder böller nervt mich nicht und ja ich hoffe einfach dass es euch gut geht haben dass ihr mit viel motivation ins neue jahr gestartet seid und dass ihr vielleicht wenn euch das neue jahr egal ist nicht alle anderen damit rum nervt ja an alle die sich die vorsätze gesetzt haben wie der volk ja und ja was sind meine vorsätze fürs neue jahr ich meine ich habe keine direkten vorsätze fürs neues jahr für das neue jahr aber ist ja ganz logisch ich möchte wieder mehr sport machen und darüber hinaus alles andere erreichen was ich erreichen will ja punkt genau wie funktioniert das denn zurzeit ja ich ja eigentlich ganz gut ich bin nur momentan ein bisschen erkältet ja meine nase ist gerade schon wieder am laufen und am kribbeln ich habe die ganze dieses gefühl dass ich eigentlich niesen will aber ich kann nicht niesen kennt ihr das das ist ein schreckliches gefühl ich will die ganze zeit niesen hat sie hat sie hat sie geht aber nicht und mein hals ist ein bisschen am kribbeln aber ja ich weiß nicht sind momentan wieder viele leute krank ist es wieder so eine welle die rum geht ich weiß es nicht um ehrlich zu sein ich fühle mich aber schon seit einer woche so gefühlt krank ich keine ahnung nach den weihnachtsfeiertagen ging es mir einfach nicht so gut war viel ja aber ich habe kein fieber also zumindest habe ich mich nie danach gefühlt ich musste auch nicht kotzen oder so also ich habe tatsächlich einfach nur eine erkältung wahrscheinlich und ja ich hoffe dass es mir dahingehend auch bald wieder besser geht ich werde morgen auf jeden fall wieder anfangen zu schwimmen und also was heißt wieder anfangen ich war letzte woche auch schwimmen ich war nur heute nicht weil es mir nicht so gut ging deswegen ich gehe morgen wieder schwimmen habe ich auch viel spaß dran wie gesagt ich war jetzt vor weihnachten und auch in der zwischen den tagen schwimmen das hat mir sehr viel spaß gemacht und das wird natürlich weiter gemacht dann habe ich vor im stream und auch vielleicht als video mal so ohne so workout für zu hause zu machen ja ich habe mir da schon mal so ein paar videos gesucht so workout für übergewichtige oder für fettleibige menschen zu hause dann machst du dann so eins zwei ja mal gucken da wollte ich vielleicht mal ein paar videos machen in nächster zeit so ein bisschen sport zu hause als fettsack könnte ich könnte ich mir ganz lustig vorstellen und eine sache die mir vielleicht in die kommentare schreiben könnte ich habe ja das süßigkeiten reaktionsvideo auf malwanne gemacht habt ihr ja vielleicht gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen ich hatte sehr viel spaß daran und ich habe noch ein bisschen mehr ideen gehabt was ich eigentlich vielleicht noch irgendwie anders umsetzen wollen würde und ich finde ich darf ja keine süßigkeiten mehr essen vor allen dingen nicht öffentlich dann werde ich ja geschunden ich probiere natürlich auch privat darauf zu verzichten so gut es geht aber ich würde gerne auf andere süßigkeiten tests reakten wisst ihr dass ich der süßigkeiten test reaktor werde und es gibt ja unfassbar viele süßigkeiten tests auf youtube also ich kann mich zum beispiel daran erinnern oder man kann vielleicht auch lebensmittel machen aber süßigkeiten ist natürlich ein bisschen cooler ja also so ein test video highlights sind natürlich wenn ich mich jetzt so gerade mal zurück erinnere unge und race wo die diese flasche in die luft jagen das war schon sehr lustig und ansonsten es gibt ja so ganz alte sachen von grong wo die ja in japan waren grong und saraza glaube ich da könnte man vielleicht mal drauf reakten auch so richtige oldschool sachen vielleicht und ich habe früher mal gesehen ich habe das habe ich selber noch nie gegessen solche kindereis also von kinderschokolade hat die haben auch eis daher habe ich auch schon mal reacts gesehen also vielleicht habt ihr eine gute idee auf welches süßigkeiten test video ich reakten soll und wie gesagt ich will nicht einfach nur eine komplett stumpfe reaction machen also bevor jetzt alle rumheulen sondern ich will halt probieren ein bisschen meine vorstellung oder meine ja meine vorstellung ist dass ich das video so schneide als wäre ich quasi dabei also nicht so richtig aber so wisst ihr dass ich das so schneide dass ich vielleicht sogar ein dialog mit dem im video führe sofern das video das hergibt äh und das ist halt so ein bisschen wisst ihr so als wenn man dabei wäre und dann so seine meinung und ich habe ich weiß nicht ob das cool wird aber äh ähm das habe ich auf jeden fall will ich einfach gerne mal ausprobieren äh das problem oder das mal war eine video das ich gemacht habe fand ich auch ganz cool äh aber das problem dabei war halt dass es ein live stream war und im live stream reakte ich natürlich einfach so normal und wenn ich das nicht im live stream mache sondern direkt schneide dann kann ich halt quasi wie so ein kleines skript bauen wisst ihr naja also wenn ihr da irgendwelche ideen habt schreibt es mir gerne mal in die kommentare und ansonsten schreibt mir auch gerne in die kommentare eure vorsätze des jahres ähm schreibt mir in die kommentare wie es euch geht ich hoffe es geht euch gut und dann sehen wir uns auf jeden fall auch die tage wieder ich werde ähm ja jetzt heute abend stream auf jeden fall ich habe gestern fortnite und smash brothers gespielt ich werde heute wahrscheinlich auch wieder fortnite spielen und dann mal gucken ähm ja und ich hoffe einfach dass meine erkältung weg geht weil meine nase die ah kennt ihr da ist einfach so es brennt und es nervt und aber ein bisschen lecker ist es schon wenn man die ja äh genau ansonsten würde ich auch gar nicht so viel über die sachen reden die ich machen will ihr wisst ja das bringt immer nicht viel ne ähm aber ja das ist der plan ich habe auf jeden fall äh bock ich bin äh sehr motiviert was muss ich ja was das alles angeht mir geht es auch eigentlich ziemlich gut nur diese erkältung nervt mich halt meine augen brennen auch und ach gahl naja was soll man machen ja sonst gibt es eigentlich nichts zu erzählen ich habe tatsächlich äh jetzt irgendwann letzte woche oder so ja irgendwann letzte woche die ersten folgen von gz asset geguckt also die ersten das war 1992 glaube ich wenn ich mich komplett täusche dann ist gz asset 1992 gestartet und ich habe mir die ersten zehn folgen oder so angeguckt und alter das also wirklich heutzutage hatet man ja oder es gibt halt leute ne die dann über diese gz asset unter uns und so haten das ist ja so billige schauspieler sind die nichts können und so ich bin ja so ein mensch ich mache mir solche gedanken nicht ich gucke das einfach wenn ich will oder ich lasse es halt aber ähm wenn man sich die ersten folgen mal anguckt dann sieht man mal wie scheiße das früher war äh das war wirklich krass das ist so ein niveau das würde ich wahrscheinlich auch noch hinbekommen aber jeder fängt halt mal an ne ist ja ganz klar dass die ersten folgen äh das ist halt das war halt auch was neues und naja aber war sehr interessant ich habe mal eine zeit lang gz asset geguckt aber gucke ich jetzt auch schon keine ahnung zehn jahre nicht mehr aber ähm früher während meiner schulzeit habe ich das immer geguckt weil ich da halt so ein bisschen reingewachsen bin weil meine mama hat immer gz asset geguckt und das kommt ja immer von neun oder von 19.40 bis viertel nach acht und ich musste immer um acht uhr ins Bett als kleiner Bub und äh ich habe dann immer mit meiner mama gz asset geguckt dann so um kurz nach acht kam Werbung und dann bin ich in der Werbung immer Zähneputzen gegangen und habe dann gesagt darf ich noch den Schluss mit gucken damit ich erst ein bisschen später ins Bett muss ja das war das war eine gz asset geschichte ich hoffe sie hat euch gefallen dafür kann man mal einen Daumen dalassen ja und äh Leute ich verlasse euch wieder wir sehen uns äh wieder ähm spätestens demnächst und frühestens heute im Stream. Bis dann, Leute. Auf Wiedersehen. Tschö. Oh, unter 10 Minuten Ehre.